Hallo und herzlich willkommen in meiner pornösen Kfz-Werkstatt und ich habe ja noch den Hobel hier und da war ja noch irgendwas, ne? Fahrwerkprobleme, einen Teil nicht gefunden und die Bremsen muss ich noch machen, ne? So, die innen belüftete Bremsscheibe hatte ich schon gekauft, hatte ich schon gekauft. So, und Bremssättel hole ich natürlich neu, ne? Obwohl, ich guck mal, wenn ich den jetzt einbaue, da müssen ja eigentlich zwei schon grün sein, glaube ich, ne? Oder? Bremssattel, einer noch, die anderen sind okay, sind Taco. Gut, was kann ich denn nochmal anbauen? Dann kann ich ja eigentlich die Spurstange anbauen, die war noch okay von ihm. Das Ding hier auch, so, haben wir das, Sotelé, dann barmest der Feder wieder ein, wieder A. Okay, der scheint noch Taco genug zu sein für ihn, glaube ich, zumindest. Ähm, so, die 73% stänge ich hin hier rein, so, Domlager ist auch noch Taco, dat können wir schon mal so lassen. So, erstmal hier die Radnabenabdeckung drauf und dann auch dat Rad sofort, da nimmt man immer irgendeins und nicht das, ähm, was gerade dahin gehört, ne? Ist total Latte so. Äh, was fehlt denn hier? Das ist von hier unten, okay. Okay, was ist denn jetzt noch zu machen? Ich baue das jetzt erstmal zusammen und dann gucke ich nochmal, was fehlt, ne? So, hintere Achsschenkel, ach du Scheiße, ich gucke mal, was ich hier, ob ich hiervon noch irgendwas reparieren kann. Ähm, ne, den Krümmer wollte ich nicht reparieren, das ist alles noch gut und der Rest ist eh alles scheiße. Toll, toll, echt toll. Äh, was ist das denn? Hintere Achsschenkel C. Okay, so, Autoteinladen, Fahrwerk, äh, Hinterer Achsschenkel C, zweimal. Hat nur einmal die Kasse geklingelt. Ja, ich wollte schon sagen. So, die Antriebswelle war noch Taco, die können wir so wieder nehmen. So, die, da habe ich schon zwei neue gekauft gehabt oder ich hatte noch welche, glaube ich, ne? Ja, ist ja geil. Konnte die jetzt ja auch endlich mal verbauen. So, äh, Bremsscheibe, die ist Taco. Die Belege kommen neu, Sättel muss ich noch zwei kaufen, die finden wir hier, auch direkt oben, das ist schon mal schön, nicht? So, zack, zack, Felge drauf mit Reifen und dann sind wir doch auf der rechten hinteren Seite auch schon fertig, ne? Oder muss hier noch irgendwas rein? Nö, da ist noch alles. So, was haben wir jetzt hier? Hier erstmal den Achsschenkel dran, die Antriebswelle rein. Vier Schräubchen, äh, vier Muttern angezogen. So, gut, ich hatte schon Angst, dass ich da nicht vernünftig dran komme. Neue Belege drauf, neue Sattel drauf und bevor ich jetzt den Rest zusammenbaue, gucke ich mal einmal, ob ich alles habe. Was hat noch? Ah, ABS-Pumpe, ja gut, die ist oben im Motorraum, da brauche ich mir jetzt hier keine Sorgen machen. Okay, bam, was muss ich denn jetzt noch machen? Bremssystem oben noch und Fahrwerk und ich gehe mal davon aus, dass das irgendwo eine von diesen, ach hier, guck mal, Lagerbuchse, die bauen wir mal ein, ne? So, was ist mit ihmchen hier? Bauen wir mal aus und gucken uns den mal an. 57% ist, glaube ich, noch im Rahmen von dem Auftrag hier, ne? So eben, oder? Oder habe ich ihn jetzt gefunden? Ne, okay, Lagerbuchse muss ich noch austauschen. Eine. Welche denn? Die hier ist es nicht. Äh, es ist, glaube ich, hier vorne eine, ne? Ja, hier. Stimmt, hätte ich mal direkt zusammenbauen können eigentlich. Okay, unterer Querlenker, was haben wir denn jetzt noch, was können wir denn noch so für Probleme mit dem Fahrwerk haben? Wenn ich das jetzt nicht finde, dann, äh, gehe ich gleich einfach hier kurz auf den Bremsenstand und dann passt das schon. Ähm, so, die ABS-Pumpe mache ich. Äh, ja, so, zack, machen wir mal runter. ABS-Pumpe, komm. Die muss ich auch, glaube ich, kaufen, ne? Oder? Ja, bestimmt. ABS-Pumpe, 68%. Ich habe noch eine. Ähm, aber das ist natürlich nicht die richtige. Die kaufen wir mal, bauen wir mal schön hier ein in die Karre, will er ja auch neu haben, ne? So, die kleinen, feinen Schräubchen angezogen mit der genauso lauten Knarre wie die anderen Sachen auch, ne? Ist klar. So, dann haben wir noch das hier gefunden. Jetzt muss ich noch einen Teil mit dem Fahrwerk finden und dafür gehen wir doch mal auf den Diagnosepfad. Ach so, ja, lol, ohne Abgaskrümmer. Hätte gut abgestunken, so. Kann vom Motorraum aus erreicht werden. Wo bin ich denn gerade? Da, ja, im Motorraum. Schön. So, das ballern wir mal hier dran. So, zack, schwubbeldiwupp, alle Schrauben hier angezogen. So. Okay, dann kann die Gurke jetzt aber darüber, oder? Fehlt noch was? Nö. Gehen wir mal da rein. Gucken wir mal hier drüber. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, ne? So, fahren wir mal nach vorne. So, bremsen wir mal so ein bisschen, ne? Guck mal, keine Differenz. Ist perfetto. Fast. So, komm. Hier will ich auch gar nicht hin. Ich will hier das Fahrwerk testen, hier vorne. Hier, das hier. Hier wird doch auch nochmal was getestet, ne? Aber das, ach so, das ist nur der Federungstester. Vielleicht muss ich noch auf der Teststrecke, wenn ich das so nicht rausfinde, ne? Wahrscheinlich nicht Vollgas geben kann. Federungstest ist in Ordnung. Weißt du, Hauptsache ich hab das jetzt gemacht. Ich vollidiot. Ich hätte direkt auf die Teststrecke gehen sollen. Einfach nur warten, wenn das Auto hier durchgebummst wird von unten. So, da haben wir nichts weiteres rausgefunden. Ähm. Oder wie viel soll ich reparieren? Mit 57. Ja gut, das ist ja jetzt Quatsch, ne? Äh. Gehen wir mal Teststrecke Alte Fabrik. Und gucken mal, was wir aus dem Salem Kiran hier rauslocken können, ne? Bam! Mit dem fett sich jetzt voll hier lang. Wenn der hier mal fertig poliert hat, da der Kollege Bratwurst. Da, ne? Also so, so geht es nicht. Also es dauert schon. Ich geb's zu. Und der hat einen ziemlich fetten Arsch in der Hose. Hm. Aber der steht ja halt auch den ganzen Tag, ne? Der muss einen guten, soliden, unteren Rücken haben, ne? Und dann wird der Arsch halt auch dicker mit, ne? Deshalb ein guter Mechaniker. Der kennt man an dem fetten Arsch. So, gucken wir mal, was der kann hier. Guck mal, der kann kaum was. Gucken, wie man den aufschaukeln kann gleich, wenn ich durch den Slalom muss. So, bähm, 80. Okay, jetzt pehrt es noch mehr voll um die Kurve. Boah, der bricht aber krass aus, ey. Boah. So. Aber hier schaukelt er sich nicht so schnell auf. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, der lenkt sich ziemlich direkt. Natürlich auch nicht so schnell wie irgendein anderes Auto, was ich letztens mal gefahren habe. Oh. So, jetzt noch hier die Hubbelstrecke. Da holen wir mit 80 alles raus hier aus der Gurke, ey. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob hier noch was am Fahrweg ist. Dauert. Mach jetzt. Komm. Lad schneller. Also, so geht es nicht. So geht es nicht. Komm, hau rein. Ja? Ich habe noch ein anderes Auto gekauft, was ich dann fertig machen will. Deshalb, komm mal schön her, du Lappen. Ne? Und, äh. So, was haben wir da? Hintere Feder. Lol. Okay. Wie konnte ich die übersehen? Mann, 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 Mann. So, komm. Fahr hoch hier. Hintere Feder, ey. Das gibt es nicht. Kann ich eigentlich schon mal kaufen. So, äh. Feder. Die hintere Feder. Da haben wir ihn doch. So. Ach, hier. Die hier bestimmt, ne? Dann ist die auch. So. Erstmal hier das Ding in Rona. Hintere Feder raus. Hintere Feder rein. Ding in wieder drauf. So. Und schon ist die Gurke fertig. Bam. 3000 Euro verdient. Und ich brauche nur noch 112 XP, bis ich mir noch irgendwas cooles Neues hier holen kann für die Halle. So, äh. Rotriebe mit dem Fahrwerk. Ne. Will den nicht. Zu wenig Motorkraft. Bolt Sound Grand Mojava. Auto ist laut. Filter müssen ersetzt werden. Repariere alle Getriebe. Fehler. Du fick dich mal, ey. Maluch, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hier ist ja alles nur so Baustellen. Ne. Da kann ich ja auch schon mal meinen anderen hier rauf holen. Ich habe ja hier unten noch einen stehen, ne? So. Den nehme ich den Sakura GT20. Den hole ich mal eben hier oben in die Halle. Komm jetzt. Gib Schubrakete. So. Äh. Ist er da? Er ist da. Gut. Ja. Dann ist das Prachtstück, sage ich mal, ne? So. Ich baue mal alles ab. Diesmal vergesse ich auch nicht die Rücklichter, ne? Ne? So. Ist wieder eine Baustelle. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. So. Ähm. Fangen wir doch einfach schon mal an, hier wahllos Sachen abzureißen. Äh. Das machen wir in keiner vorgebenden Reihenfolge. Einfach. Was uns gerade in den Weg kommt, muss eh raus, ne? So. Die ganzen Vergaser machen wir jetzt mal direkt hier. Zack. Den Kraftstofffilter. Äh. Den Vergaser. Da will ich natürlich jetzt auch reinkloppen hier, ne? So. Den Anlasser. Zirk. So. Okay. Dann nehmen wir jetzt den Ventildeckel raus. Dann noch die sechs Zündkerzen rausschrauben. Und da ist ein neuer Kunde. Wenn das jetzt Karosserie ist, ne? Dann nehme ich den an. Sonst nicht. So. Äh. Hier. Das Klemmerchen ab. Klemmerchen B. Ne? Ist ganz wichtig, dass es hier Klemmerchen A und B gibt. Ganz extrem wichtig. Ich weiß nicht, warum man sowas reinkodet, ey. So. Den ab. Äh. Wieso kann ich den nicht abnehmen? Ich wollte gerade sagen. Ich rupfe erstmal wirklich alles raus. Was mir in die Quere kommt. Eigentlich wollte ich ja mal zwischendurch Schrott verkaufen, damit ich nicht so viel Müll im Inventar habe. Aber muss ich dann bald mal machen. Wenn mir die Warnung kommt. 500 Teile noch da drin. Dann mache ich das. So. Steuergehäuse runter. Zack. Die Wasserpumpe runter. Das Kettenrad weg. Die Steuerkette weg. Das Norkenwellenzahnrad einfach abgeklimpft. Ach. Und dieser scheiß Motor ist da wohl so voll viele Lagerschalen hier sind, ey. Oh. Kann man nur wie am Fließband arbeiten hier. Bam. 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 So. Zirk. 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 Und dann geht es direkt hier drüben weiter. So. Bam. Machen wir jetzt in einem durch hier alles. Dann können wir mal zwischendurch hier so eine Zündkerze ausbauen. Dann noch eine. So. Kann man sich so daran lang hangeln von Teil zu Teil. Okay. Und gleich habe ich hier dieses massive Ding dann auch auseinander geprügelt. Zumindest hier oben da. Diese Ansammlung von Kleinteilen. Ey. Heftig. Heftig. Aber so müsst ihr euch das in echt vorstellen. Mit jedem Teil, was ihr ausbaut. So ungefähr. So. Den Zylinderkopf. Was hängt da dran? Da hängt hier noch so ein scheiß Kasten dran. Oder? Hä? Ach so. Lol. Ja klar. Abgaskrümmer musste ja auch irgendwo hier oben sein. Nicht? Ja. Biegen wir einfach ab. Ne? Ist auch kein Ding. So. Direkt den nächsten weg. Dann kann ich dann nachher direkt die Lichtmaschine hier unten rechts im Bild rausreißen. So. Zack. Die raus. Schön mit zwei Schräubchen nur. Und dann als nächstes den Zylinderkopf. So. Habe ich gleich runter. Okay. Das hier. Bam. Bam. Komm jetzt. So. Das hier runter. Okay. Kann ich jetzt von hier oben noch was machen. Außer die Batterie. Nö. Gut. Dann versetzen wir die Karre doch mal hier auf den linken Heber. Ist irgendwie mein Lieblingsheber. Und irgendwie finde ich den Boden irgendwie doch nicht mehr so pornös. Ich glaube ich hätte ihn lieber so ein bisschen stilvoll einfarbig. Das finde ich schon cooler hier. So schwarz lackiert dann da. So. Dann fangen wir jetzt mal an hier unten. Erst die Arme und Beine. Und dann hier die Eingeweide von der Karre rauszureißen. So. Erstmal der Drahtdrohner. Ist ja immer der Anfang allen Übels hier unten. Dann hangelt man sich weiter zur Bremsanlage. So. Den Deckel raus. Die Radnabe weggeprügelt. Das ist glaube ich so ähnlich konstruiert wie das andere Auto. Gerade unten. Aber hier. Aber gut. Die oberen Querlenker und so hat es glaube ich nicht gehabt. Die andere Karre gerade. Obwohl ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich mich da nicht so darauf konzentriert habe. Aber ich hätte den bestimmt. Ne. Ich hätte den ja ausgebaut. Wo ich die Achsschenkel ausgebaut habe. So. Die Spurstange ist raus. Das Ding kann raus hier. Der untere Querlenker muss weg. Ach. Hier ist noch eine. So. Das Teil raus. Den Stabilisator kann ich noch nicht. Aber hier kann ich eigentlich schon mal die Lagerbuchsen rausnehmen. So. Dann kann ich es auch gleich nicht vergessen. Ölfilter kann ich auch rausnehmen. So. Lagerbüchschen. Hier. Der Spurstangkopf. Doch. Komm. Ach. Scheiße. Wer will nicht der Spurstangkopf? Wenn das Rad dran ist. Dann will der irgendwie nicht. Ist komisch. Dann hat der keine Lust. Die Zahnstange raus. Den Bremssattel heraus. So. Na. Okay. Die Bremspflege raus. Radnachmabdeckung. Okay. Die inbelüftete Bremsscheibe. So. Jetzt machen wir ein bisschen Akkord hier. So. Damit ich vielleicht zum Ende der Folge das Auto schon mal leer habe. Ne. Dann könnte ich nächste Folge dann alles reparieren. Ähm. Und dann vielleicht schaffe ich das ja, das fertig zu kloppen. Aber mal gucken. Ne. Ich will so abhetzen, will ich mich nicht jedes Mal. Ähm. Da kann man auch gediegen machen hier. Wisst ihr. Also. So. Das Ding ist ab. Das Ding ist ab. Der Axträger kann erst ab, wenn die Lagerbuchse raus ist. So. Der ist jetzt auch weg. Der Stabilisator ist weg. Das Hosenrohr nehmen wir mal raus. Dann hangeln wir uns hier dran weiter zur Antriebswelle. Die hier schön prachtvoll vor uns mittig im Bild liegt. Und lösen die acht Schrauben. Die dieser am Getriebe und an der hinteren, äh, Antriebswelle verankern, ne. So. Die kleine Lagerbuchse nehmen wir raus. Den nehme ich auch schon mal raus. Andere geht noch nicht. Ich will eigentlich auch hier vorne weitermachen erstmal. Ölwanne. Braucht doch keiner. Weißt du. Und als ob bei so einer langen, riesenlangen Ölwanne nicht in der Mitte noch eine Schraube wäre. So ein Bull, ey. So. Erstmal das Getriebe raus. So. Das Drucklager raus. Die Kupplungsdruckplatte weggeschraubt hier. So. Und die drehen sich, glaube ich, falsch rum. So. Okay. Dann haben wir hier unten nochmal so tolle Lagerschalen wie gerade oben. Das freut mein Herz immer sehr. Ich fände das geil, wenn es so ein Upgrade geben würde, gleiche Teile gleichzeitig ausbauen. Sodass er die sechs, äh, Kugelwellenlager gleichzeitig ausbaut. Weißt du. So ein Spezialwerkzeug. Mit ganz vielen, äh, Schraubern drauf. Was sich automatisch anpasst. Auf die, äh, auf die Entfernung so. Ähm, okay. Dann kriege ich ja jetzt den hier noch runter. Zirk, zirk, zirk. Äh, ja klar. Ich muss natürlich erst den Bremsattel lösen. Bin ja auch für ein Trottelchen, ne? So. Das hätten wir. Den nehmen wir auch mal hier raus. Hier. So. Achtsschenkel weg. Ach, das ist so ein U-Bolzen-Scheiß hier, ey. So. Da haben wir doch die Blattfeder. Okay. Okay. Kernachsen. Was? Kernachsen-Ding? Habe ich jetzt nicht gelesen gerade. Ach, doch. Irgendwas mit Kernachsen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht verbaut, soweit ich jetzt weiß. Ähm, okay. Den hinteren Stoßdämpfer rumpeln wir mal raus. Hier, das kleine Lager muss erst raus. Na, mach schon. So. Die Blattfeder raus. Bam. Den U-Bolzen noch. Der fehlte mir jetzt noch hier an dieser Stelle. So. Wie heißt das Ding jetzt? Ich will das jetzt wissen. Zeig jetzt. Kernachsen-Einstellhebel. Mein Gott. Ist aber auch ein deutsches Wortkonstrukt. So. Also in Amerika heißt das bestimmt einfach nur irgendwann mit Arm. Wie man die kennt, ne? Arm, wie deren Wortschatz halt ist. Okay. Achtschenkel raus. Das Ding raus. Hier muss ich jetzt noch die Pumpe rausbauen. So. Zack. Und dann lassen wir die Gurke mal wieder herunter hier. So. Muss man ja noch ein bisschen warten, ne? Dann nehmen wir oben die Kolben raus. So. So. Auch das hätten wir geschafft. Ach. Geschafft. So. Wieder hochlassen. Die Kurbelwelle raus. Dann nehme ich den Motor noch raus. Ja. Und nächste Folge geht es dann los mit Reparieren. Ne? Und als nächstes werden wir dann natürlich das coole Auto hier mal ein bisschen tunen und zusammenbauen wieder, ne? Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.